da war mein schock wer 32 von 60 ich habe eine probe war jetzt schon ich habe mein maschinengewehr da muss ich glaube ich auch haben ist da jetzt kein grund hat mich hier mit zu nicht hast du schon mal eine stärkere waffe zu hand ist genau mit dem vorreden nehmen die ruhig zwei sachen wenn ich bin einer von uns hat es worden da sind vier stück drin so so irgendwie ein bisschen sicherer damit ja ich habe wir sind ab ich wollte ich mag das schruttgewehr ich bin immer ich will für mich sind schruttgewehr mal besser als das andere kommt ja der besuchte mann zu kommen oh gott ich muss jede einzelne cool ja wir müssen da irgendwo in die richtung wir sind hier hier sind wir sind okay hier ist munition ja hier liegt munition irgendwo ach ich habe sogar echt irgendwie eine verletzungen so angezeigt kommt darüber also aber rennen na da warte war dann schmeiß ich ja gar nicht mal magazin weg wenn ich jeder einzelne cool nachleihen das war geil dann brauche ich mich gar nicht mehr darum ja das ist klar ich habe immer spritzen hier mit also welche da wo das ding ist in der nähe aber da habe ich gewohnt alter wo sage ich nur faust ausstattet einmal verstärkung bitte ja ja ich sehe jetzt ja soweit man einmal die am appellert dann kriegt man die gar nicht mehr weg das war mir doch einfach mal ja wenn dann verwirkt tue dinge irgendwo hinwerfen für mich alleine kriegt sie nicht kaputt ich glaube los ja ich habe gerade nachschubigen wo platziert wusste hatte ich sehr ruhig gestorben in der verkarte irgendwo da muss das sein ja du passt mit deiner faust danach hier ist monieren so ist ja nichts mehr drin irgendwie kann ich damit nicht interagieren ich habe alles voll ja ich will ja ich spritzen muss man muss man maschinengewehr ich kann mit den vorreden nicht interagieren weil ich keine motion wenn wir keine motion gefehlt hat ich glaube hinter uns jetzt irgendwas gespauert der wegleiter außerdem ich bin schon wieder tot wenn wir mit einschlag wenn wir mit einschlag der fp abgezogen im zweiten restlichen ap kein guter tag 5 5 war ich bin eine frau ja da werdet ihr mich bitte nicht mann warten das wäre so war danke ich kann ich kann ich kann ich war vor allem oder auch immer nur ja ich habe also liegt noch zeugs hatte man da rangehen probe probe ja genau ziel jetzt verfehlt hat aber auch nicht okay pumpen sollen aktivieren sich beim nachladen geht die waffe für die munition verloren überlege dir gut wenn du nachlesen aber ich habe dann schon entscheidend nicht der politik unser ziel wieder so ich wollte sagen ja ja ich sehe es ich bin ja plot terminal ich habe das terminal aktiviert irgendwo gegner sind die ich werde gut dann gehe ich meine ich habe das ding aktiviert wenn man passiert jetzt wo ist mein geschützt sein patient wer da kommt jetzt nichts von der seite so hier fühlt sich so im balken gerade auf ja schon für eine ausrichtung erforderlich kann sie jetzt mit irgendwas da interagieren ja bei mir das wort am linken da ja aber warte warte ich habe ja was dreh weiter 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 du musst hat hier in so einem bereich glaube ich rein drehen ja mach weiter so machen weiter so ich sehe ja was du machst weiter 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 halt alter da 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 jetzt so jetzt möchte ich so jetzt hat grün ja 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 ich hatte aber eine anzeige da muss es sich wohl nach mir richten so immer weg die arbeit ist da freue ich ja ja der container ist weg 12 spritzen weiter geht's naja wir gehen da bloß nicht davor eine begegnung nähert sich nicht zu deiner taktik ausrüstung ein na man na warte orbitalschlag wo sei da wir sollten die bloß hinkommen und die von da ich glaube ich hatte ein geschützt gekillt wir kommen überhaupt nicht drei kälte nebenbei richtung ziel 250 punkte 55 erfahrungspunkte drei proben heute kassieren als frau respond ja da sind welche aber sehr gar nicht ich bin mein schruggewehr auch gut so ein fragezeichen gegner habe ich noch wie talschlag ich kann man geschützt steigen platzieren war mein orbital ist völlig fleisch geschützt steht da war auch nicht davor ich dachte sie sind auch auf uns die ballern auf die und wenn er dann davor steht also okay ich dachte ich dachte ich auch anvisieren und dann auf die spannung nirgendwo proben oder so die ganze zeit jetzt wurde also geordnet hier abläuft ist auch viel besser irgendwo höre ich war dicke ja da vorne kommen sie ob vielleicht kommt von links genau einer maschinengewehr kommt definitiv durch die gepanzerten typen durch nach weil auch hinter dessen ganz dicker war ja auch der weg meine waffen müssen nachgeladen kurz erledigen muss man maschine wer ist nach land und man schocker hat mich auch noch also nicht nach ein terminal aktivieren pumpen aktivieren müssen wir dinge kaputt schießen ist allerdings nur wo ich mache so was von geschützt sind ich tue mal hier mein geschütz vorpacken wird man nicht gestört werden hier ist ein terminal wollte ich war auf mein geschützt ich hatte mir mal links rechts ladeweiten auf gott was ist das denn und ob man muss ich denn hier machen lokales lager ok transferstation hat sich da irgendwie hat geöffnet ich glaube ich habe irgendwie gerade energie umgeleitet irgendwo hat ihn geöffnet wenn wir so pumpen die irgendwie die ich so umleiten musste aber einmal lokales lager und einmal unsere quest mission oder da sehe ich das 231 wir an den dingen so 1 bei den anderen stand 2 ich nehme an hier muss ich das hinpacken hier sind wir tun damit kann es nicht interagieren ich kann immer nicht ich dachte wenn ich das kaputt mache dann nicht so ein sprengsatz na gut dann gehe ich mal hier in ich packe das ding ich musste ich da hinpacken wie kriege ich dich dahin so irgendwas habe ich jetzt angeleitet drei von vier blockiert bitte alle markierten ventile einstellen im ziel da kommt man gegner aber man geschützt schnappt sich die oder nicht als weg warum ist das weg ja irgendwann ist irgendwas jetzt grün am leuchten irgendwann das richtig gemacht bei mir ich war ja noch nicht 1 bravo müssen wir da machen bitte alle markierten ja anscheinend schon 1 bravo sind wir in der nähe der 1 oder was schon wieder eine pro von dann haben wir glaube ich als erledigt ich kann mich nicht durch mein geschützter stadt ja schon dabei ja mit erwarten denn 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 denn? denn 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 denn. denn denn den denn denn labels abgeschlossen ja evakuierung es punkt der buch der weit entfernt ist aber noch zu dem fragezeichen da gehen oder sommer direkt zum euren wir haben noch 18 minuten ich platziere mein geschützt mein link ist links geschütztes frei ich ruf mein geschützt dabei ich mache auf die linke dinge dazu machen geschützt hat wenn meine leute nicht ja da wird diese granaten die explodieren sofort schon weg ist klar naja denke ich nicht wo er dazu gepanzert das exklusiv ist fast gegen die birne geworfen ich mache mal das ding dazu ich versuche es jedenfalls so direkt davor ja nicht daneben auch noch viel weg ja wir sind dabei kollege wir wollen noch etwas loot haben was man jetzt hier ist müssen wir einfach nur die gegner lieben da kann ich mir so eine meldung so du hast es geworden so klar hause wir sind genauer ausgekommen nehmt die finger voll immer weiter laufen gibt sechs zu sehen immer weiter laufen wir sind ja schon auf dem weg wir sind schon auf dem weg immer dem blauen licht folgen da gehen wir aus dem weg baum du hast einen anderen tag befreit so evakuierung soll ich auch noch mal die zonen so muss ich sie gar nicht sehen wir sind noch nicht hier aber ich dachte da war nicht auf dem blauen licht gerade so über über krebs halten wird ist ja richtig geil aber wenn man großes weint habe hier glaube ich schau neue lebens noch nach 13 minuten mein gott schon direkt hier aber heißt hier so hell sah wir ange burada debts zwei minuten so geschützt wo platziere ich dich denn ich nehme an da gerne da kommt jetzt nichts von popcorn und meinen nachschub stumpf platzieren die kommen genau von da aus da kommen wir klar ich sehe schon von da kommen sie kommen von meinen seiten hier ein fischer die einen anstrengung folge schaden war 20 sekunden ich darf was beitragen hier kommt gefächt her dort heraus eingesprochen ausgezeichnet sieg auf erster linie sie kommen meistens nach wenn ich von saufpark oder ich glaube das original von irgendwo anders aber ich kann ja nur aus haupt sie kommen meistens nachts raus meistens da kam man immer wie gesagt war über rotschopfe oder so keine ahnung der walker schon viel besser denn 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 durch und hochgelevelt und proben und währung und medaillen und war ja ein prozent 0,01 prozent höher ein guter tag für demokratie ja ja wer ist der beste beider machen also he 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 und ich kratze mich am kopf demokratie ja da hast du ja schon gehört gut applaus ganz dickes kommt immer so ich darf da kann man doch vier sachen nehmen dann kann ich mir einen rucksack dann kann ich mir einen rucksack holen jawohl dann kann ich meine ganzen snacks mitnehmen zur mission dann ist ja auch diese zäpfchen irgendwie die ja wir sind da ich habe ja mal erschienen wäre erst mal da sind blöder ich hätte mal schon am anfangs bauten müssen können wir auch dreck geben so dann gehen wir mal zu dem reagent gläschen da also wenn man das ist perfekt das soll irgendwie man nur tut er hat irgendwie automatisch immer sagen da ist etwas was sind diese extrem auf der karte manchmal sind da irgendwie so x auf der karte so wieder knopf hier da sind zwar ein paar näste aber dass sie erstmal ignorieren da habe ich doch was für ich bin dabei ich war ja wir beide zerstören dann kein problem ja weil so fällig ja mit maschinengewehr kommt man damit durch aber der gegner irgendwo hinter mir hinter dir ist mein geschützt der tod so sehr da war ich wie du die alle findest so ok so war fällig versuchen wir mal so ein bogen um dieses rote ding da zu machen außer da ist irgendwie eine questlöse und hier schon mal zur mission wir laufen allgemein eine gute idee immer die mission so schnell wie möglich zu machen dann können wir ja noch so ein bisschen ja rumcruisen ich habe irgendwas groß ist jetzt irgendwie da hinten sind sie sind gegner ein orbital schlag ist gleich warte mal total stark oder kannst du einleinwerfen ja man hat auch nicht bereit ich wollte mich hinlegen so hat mein mg nachzulachen in so einer situation hier müssen wir ich meine ich kann aber nicht interagieren aber das sieht so aus dass wir kaputt ja ich kann da nichts machen ja das gleiche ist weil ich habe dann siehst du gleich irgendwie so ein balken und wenn ich habe bewege da muss ich dazu da rein bewegen ich gebe uns mal nachschub möchte ich ein paar granaten und spritzen bekommen ich höre wo gegner vorräte falls du brauchst granaten und so und ist wieder ein fragezeichen das ist ein bisschen dicker aus wo seiten jahre von rechts kommen sie ein magazin ist leer ich habe mich sofort nachdem du mich getroffen dass kollege möchte mich nicht wieder worden schwarze mit zwei schüssen zwei schlägen erwecken letztens machen ganz genauer da ist ein fragezeichen da sind eine menge gegner glaube ich ich tue schon mal mein orbital so was haben wir denn da weil nicht die 500 kilo bombe die ist irgendwie am besten weil dann nicht wenn er darum geht irgendwas auszuschalten gar nicht mehr vorstelle da gelandet abgeprallt war schon mal nicht dabei man hat getroffen hat nein aber ja warum habe ich mich nicht ich dachte oben irgendwie hat meine spritze nicht funktioniert ich habe die ganze zeit versucht mich zu spritzen hat nicht geklappt doch ich habe nur drei stück sagt er sich da ich habe ja viele ja macht sie völlig mein mein geschützt jetzt sind sagt hätte sind alle totes war oben eingesammelt ich habe ein präzisionsgewehr eingesammelt da wollte ich nicht geschützt dann gehen wir schon mal eingehen ja wir wissen ok ja gar keine will schon so kann kann es nämlich bin voll gehen wir in richtung mission ziel aber nehmen noch nehmen wir noch hier alles noch mit finden ok dann geht man jetzt sind fragezeichen was für geheimnisse biergst du hier sind löcher hatte da passt auch bestimmt ein hübscher orbital schlag rein wenn ich damit nicht ein paar kaputt krieger mal ja auch nicht nein obwohl da ich glaube 1 habe ich kaputt gehört ja du reicht sich links ich möchte treppe ja wir sind schon wieder bei einer gewonnen schon direkt ich muss nach land das oder auch nicht nein alles ist leer was ich habe ich habe gar nicht bei dem geht ich kann nein das ist noch ein fragezeichen ich komme sofort ich komme sofort schon um einen mg kurz jetzt bin ich hier ja gott ja manchmal 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 war ich habe ich noch eine geworfen ich bin aber ich bin ich bin ja ich bin ich bin ja ich bin ich bin ich bin der granat aus der regen geworfen die munition falls du brauchst proge kipplauf weit ich habe mich schon gefunden ich habe keine muni dafür was hat denn noch eine menge gegner ein paar sachen nach proben ich muss wieder nachschub vor granaden und spritzen geschützt macht ihr fähig vorräte vorräten organaten und spritzen war von hinten kommen auch welche schon noch für 20 müssen wir machen bürger schützen wir sind das steht auf dem weg aber ich habe falsch gelaufen so seiten jahre und evakuierungspunkt ist auch hier in der nähe direkt das ist doch voll cool sekundär ziel sso lieferung ist meinetwegen ja was ich war da ist aber ich habe zwar gefahren nein nein ich will das ding werfen erstmal darf ich mich immer noch geduckt ist nachdem man springt ok weil es hier los warum explodiert ja alles aber das sind ganz die karten ganz dicker ist hier ich bin da war ich auch weg nehmt das hier stücke ich habe ein spritz mehr ich bin tot wir haben mitgenommen konnte ich auch beinahe ausgezeichnet da war ein paar mein gott keine sorge alter ich komme außer du bist jetzt tot ich bin da ist wo wir sind war ja ja tot wenn das hier wie soll ich was auch immer hier ist aktiviert war gott viele gegner so kommt ihr alle her wo soll ja wo soll ja ich habe meine gegen grad nicht irgendwo ja ja das wird ein granatwerfer oder ein raketenwerfer ja immer muss hat ja mal benutzen das war ich muss sagen wird schon so ich weiß nicht was ich gerade aufgesammelt habe aber das irgendwie für die mission wichtig glaube ich kommunikationsabkling herstellen links links rechts so turmsteuerung so dass da wo ist es die anfang und in luke stecken aber das ding hier wurden die luke das ding da ich gehe mal da ich glaube da aber leute da habe ich mal hier weg danke ja ich habe das ding aber da reingesteckt was soll ich da hatte da bin ich irgendwie nicht so praktisch wie man meinen könnte ja 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 ich gehe mal bitte weg ja 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 da muss man ja schon wieder eine sekunde ich tue einfach alles hin platzieren ich nehme man muss dann dahinten werden du hier bist aber ich habe gerade ich glaube 100 prozent eine satellitenschüssel oder so signalstärke auf 100 erhöhen 92 gegen wohnen denken zum interagieren noch da ist auch eine schüssel oder da kommen sie wieder der wegleiter der gegner sind war mein schützbar mit seite an seite war 13 14 dann ist noch ein dk aber aber das war neue bürger retten ein bisschen da müssen wir einfach nicht sterben das kann wir gehen jetzt einfach hier durch ich bin erschöpft ignorieren einfach alles wort wir finden und konzentrieren uns auf unsere mission demokratie wir haben einen moment zu sprechen über die marke hallo ich eine leute irgendjemand hier ist hier nichts in dem licht ok was wir hier machen wo sind die zivilisten aber die auch aber das ist ein ganz dicker jetzt nicht mehr das mit darüber ja ich drücke aber die dinger fällig ja genau ich sage ihnen immer er sollte ich bin jetzt gerade die landschaft betrachten hier ist ein terminal und da sind gegner sich halt ich habe mich nicht nachgeladen aber ich werde kommen die nation eingehen ist klar das sieht neu aus hatte ich nie gesehen da muss ich glaube ich noch drauf drücken da kommt ein ding unter vorsicht ja wie sie ist ja nicht sie sind nicht den riesigen strahler ich sehe die tür hier nicht sehen ist ich sehe nicht was hier neben mir ist da da ist ja toll wir müssen jetzt 6 johle eskortieren dann soll ich mal rauskommen mein körper für super erde oh mein gott da sind gegner dann soll ich mal rauskommen leute wir müssen mal reinpacken ja wir sind dabei ja ich weiß jetzt machen die dauernd zum stress manchmal sagt auch schon nach 20 minuten aber wir haben gar nicht mehr so viel zeit wenn es passiert dann passiert ich weiß nicht wo die alle sind ich finde gar kein viele gegner ja 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 wir sind wir ja ja jetzt sind wir machen noch mehr türen auf ich weiß nicht wie wir sind klub klub hell divers demokratie wenn kann ich auch nicht wegen meiner ausdauer und meinen schlechten cardio meine güte da ist ja noch nicht schon immer angezeigt war da ist auch noch ein zwar immer angezeigt wird er doch viel einfacher klopft glaubt wo ist der nächste ding 3 gleich los leute wo wir hingehen erwartet durch demokratie und freiheit und lebensform hier kommt die letzten drei in dem schaden wir finden spritzen sehe ich gerade der fähne spritzen müssen wir rot am leuchten weil wir wissen wir da rot am blinken geschehen spritzen ja der nachschub ja nun jetzt kommt es war aber jetzt ein auswählen Ah, ah, ah. Will ich da hin? Nein. jetzt gehen wir nach hause wir haben einfach rennen wir sind zu viele leute wir gehen jetzt wir gehen jetzt einfach die fauna müssen wir leider ein bisschen ignoriert und sobald irgendetwas kommt ich mache mein geschütz bereich sobald ihr bereit seid ich habe gerade in ein loch eingefallen da war ein loch und dann war ich da und dann war ich nicht mehr natürlich noch zwei minuten dauert ja und wie viele dinge haben wir übrig drei minuten das ist eine probe nehmen wir auf ich bin schon immer genügend zeit also ich meine dinge nicht mehr so zwei minuten und jetzt noch zwei minuten stellen da kommen sie schon glaube ich nein was du hast mein geschützt kaputt ich kann zu sagen naja es kommt irgendwie kommt ja aber auch nichts ja dein strahl ist rot meine stelle sind blau da war nicht ohne einen lot zu bedienen so irgendwie kommt ja nichts ja wir können irgendwo landen da warte da kam was auf der gegner gehört frist hat da ich auch so nachdem erledigt naja jetzt kommen sie man damit irgendwie alle gegen auf der welt schon so viel erledigt haben aber seine wien aber ich muss ja gleich rein retten meine männer mit meiner getötet aber ich betone muss ohne mich gegen nein rennen jetzt habe ich nicht überlebt solange demokratie überlebt ist das aber auch nicht wichtig ja genau evakuierung vier gestragen nein nein das war mein mission geschafft der zwei sterne mittel plus 25 prozent Ehrenhafte pflicht so viele punkte bekommen da kam das schiff wer ist wieder auf dem schiff erst wieder auf den schiff gesehen wie ich so an der seite gestanden habe